So, hey Schüler, 200 auf der Glocke da, wa? Ne, 190. Na, eben war 200. Achso, jetzt hast du auch noch Pipi in den Augen, oder? Ich dachte, du zeigst mir mal richtig was hier heute. Mach mal die Beine da ein bisschen enger an den Tank ran. Ja, genau, klein machen. So, jetzt hat er's gleich, jetzt hat er's. Ja, du musst den Bumpf zu machen, sonst kommt Fliegen rein, und dann hast du wieder hier höheren CV-Wert. Der traut sich aber was, der Bursche, aber er hat's auch drauf. Ja, nun sag mir mal, ob das anstrengend ist. Ja, du kannst dich auch wieder beruhigen, wenn du willst. Was ist denn? Ja, es gibt Leute, die haben sich tot geblinkt. Ja. Ja, du nicht, ne? Nee, du nicht, nee. Ja, ja. Ja, krass, ey. Krach? Schöne Schleiche, wa? Ja. Du bist so schnell gefahren, da ist selbst der Schüler hinten gar nicht mehr zu sehen. Oder nur noch halb, das ist rausgeflattert da. Ja, ich glaub, ich hab mich so schnell runtergebeugt. Ja, das kann's haben, ja. Ja, aber den Unterschied kennt man auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Wann hast du dich das letzte Mal so runtergebeugt? Ja. Kein Kommentar. Ja, als so im Knast war's, ne? Ja. Bei der Musterung. Ja, bei der Musterung, ja geil. Oh, nee, hier ist was los, so.